So Leute, wir sind beim Chaos-Kochen. Wie wär's mit einem super süßen Kuchen mit Speck, der mit Käse überwacken ist? Und dazu eine Salami-Gummibärchen-Chips-Salat mit Senfsoße? Es kann ja sein, dass es schmeckt. Manche Sachen, die komisch klingen, können ja schmecken. Ey, ich bin kein verfickter Dings-Aller. Hallo? Du Hurensohn. Das ist doch echt so nicht mehr normal, was ihr da macht. Du Hurensohn! Meine Damen und Herren, die Hauptspeise. Wow! Der Dinger ist echt schlecht, Alter. Ich weiß nicht, ob du bist erschossen bei uns, Mann, Christoph, Alter. Echt? Also wenn du so ein Kram bei uns machst, Alter, keiner will mit dir was zu tun haben, Alter. Du hast echt einen Knall, Alter. Aber wir stellen fest, er macht einen auf harten Gangster, aber beim Kochen. Hurensohn. Da wär's schon auf. Ja, du meinst? So, hier. Das schmeckt lecker. Digger, das ist doch frisch. Ey, das geht doch. Der Kuchen geht. Der Hornsohn! Bitte, bitte hol mich hier schnell ab. Ey, bitte, bitte hol mich ab, bitte hol mich ab, bitte hol mich ab. Ich komm sofort runter, Bruder. Hier sind richtig ekelhafte Menschen, Bruder. Ich muss hier weg. Ihr seid für mich... Mein Zöhner. Das ist kein Ausdruck. Ihr habt auf jeden Fall geschafft, den Rahmen zu sprengen von meinem ekelhaften Haftbefehlleben. Und äh... Alter, ey... Ihr Hurensohnne, was spielt, was die Kugel grä...